Ich freue mich sehr, Miriam Fenn und Lana Hostemke begrüßen zu dürfen vom Geoportal des Guten Lebens. Und sie werden uns jetzt mal ein paar Einblicke da reingeben, wie man Geodaten auch für die sozial-ökologische Transformation gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern nutzen kann. The floor is yours. Vielen Dank. Dankeschön. Ich warte noch einen kurzen Moment, bis Ruhe einkehrt. Danke. Ja, okay. Ich glaube schon, ja. Könnt ihr mich gut hören? Okay. Ja, hi. Ich bin Lana Hostemke. Ich arbeite für das Zentrum für Transformationsforschung und Nachhaltigkeit Transcend in Wuppertal. Das ist Miriam Fenn, die für die Utopia-Stadt in Wuppertal ebenfalls arbeitet. Und wir arbeiten im Moment an einem Projekt, das heißt Transformations-Stadtbürgerinnen forschen für ein gutes Leben. Das ist ein Projekt in der Förderlinie Citizen Science, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, indem wir eine Online-Karte bauen, um ja erstmal Wissen zum Thema gutes Leben zu sammeln und es dann auch im Portal analysieren zu können, um es eben zu fördern. Und wir erzählen kurz ein bisschen was zum Projektrahmen. Wir haben leider nicht so viel Zeit, deswegen hoffe ich, wir kriegen das hin, das in Kürze zu erzählen, worum es eigentlich geht. Das ist ja ein sehr komplexes Projekt. Gehen kurz darauf ein, was für Chancen das Portal auch über diesen Zeitraum der Projektlaufzeit, den wir haben für die Entwicklung, der dann auch vergleichsweise kurzes Potenzial haben kann. In längerfristiger Perspektive geben dann einen kurzen Einblick, wie das Portal aussehen wird und soll und gehen dann noch auf Herausforderungen und aktuell offene Fragen ein. Erstmal kurz zum Projektrahmen. Wir befinden uns im Moment, das Projekt geht noch bis Mitte 2019. Im Moment befinden wir uns kurz vor Abschluss der ersten Programmierphase und testen Ende diesen Monats eine erste Version des Geoportals mit Bürgerinnen und Bürgern. Das Portal wird entwickelt von Projektpartnern aus Wissenschaft und Praxis, also das Transcend, für das ich arbeite, als wissenschaftliche Institution, die Utopia-Stadt als zivilgesellschaftliche Organisation. Dabei ist dann noch das Wuppertal-Institut und die neue Effizienz. Und Ziel soll es eben sein, ein Geoportal zu entwickeln, das eine Transformation hin zu einer sozial gerechteren Gesellschaft, zu einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft messbar macht und fördern soll. Und ich habe schon gesagt, wir wollen eben Daten zum Thema Gutes Leben auf einer Karte georeferenzieren, mit dem Ziel, sie dann auch analysieren zu können. Und zwar soll das vor allem auch für Bürgerinnen und Bürger direkt im Portal möglich sein, um Fragen beantworten zu können, wie zum Beispiel, was machen die Initiativen in meiner Umgebung, mit welchen Netzwerkpartnern arbeiten sie, was haben sie für einen Aktionsradius oder auch, wie glücklich sind die Leute, die in dem Viertel leben, in dem ich lebe und woran könnte das liegen, dass die zufrieden sind oder auch unzufrieden sind? Wie ist die Luftqualität auf dem Spielplatz vor meinem Haus? Oder solche Fragen. Darauf geht Miriam aber gleich noch ein bisschen mehr im Detail ein. Genau, momentan testen wir das Portal im Bergischen Städte-Dreieck, es soll aber perspektivisch auch weltweit nutzbar sein. Genau, der thematische Rahmen für das Geoportal ist der Better Life Index der OECD, beziehungsweise eine lokale Adaption des Better Life Index. In einem Vorgängerprojekt des Supertal-Institutes wurde dieser Index, der auf OECD-Ebene aus elf Dimensionen und jetzt als Better Life Urban für die Region Bergisches Städte-Dreieck aus zwölf Dimensionen besteht, wie zum Beispiel Infrastruktur, Sicherheit, Umwelt oder auch Gemeinschaft, wurde entwickelt, um eben ein alternatives Indikatoren-Set für urbanen Wohlstand zu entwickeln. Und das nutzen wir als Basis für alle Daten, die in das Portal kommen. Das heißt, alles, was eingetragen wird, muss einer dieser zwölf Dimensionen zugeordnet werden, kann potenziell auch mehreren Dimensionen zugeordnet werden. Danach kann man die Daten dann auch suchen, man kann sie aber auch dann perspektivisch nach weiteren Kategorien filtern, die diese Dimensionen ergänzen. Aber das bildet unsere thematische Basis im Prinzip. Daten können zum Beispiel sein, Daten aus Datenbanken der Städte und Bundesländer, statistische Daten, Rohdaten aus Forschungsprojekten und dann eben auch Daten, die Bürgerinnen und Bürger selber im Portal eintragen über ein direktes Eingabeformular im Portal, um lokales Wissen über die Umgebung, das wir alle irgendwie haben, aber was irgendwie an vielen Stellen noch nicht festgehalten ist, zu kartieren, das dann alles eben miteinander verschneiden und betrachten zu können. Ja, genau. Und damit wäre eben das Geoportal eine Art Infrastruktur für einen dauerhaften Wissensaustausch zwischen den erstmal drei Akteuren Bürgerschaft, Kommunen und Wissenschaft, obwohl man natürlich das Ganze auch noch weiterdenken kann, aber wir haben leider nicht so viel Zeit, deswegen, genau. Und wir bauen dabei auf OpenStreetMap auf, das ist ein OpenSource und OpenData-Projekt, das heißt, alle Daten, die im Portal sind, kann ich mir exportieren, auch ohne mich anzumelden und auch der Code ist frei. Ja, und die vielleicht noch zu der Verbindung mit OpenStreetMap, es ist schon so gedacht, dass die Daten, die in OpenStreetMap liegen, auch weiterhin da liegen sollen. Es gibt eine Schnittstelle zu OpenStreetMap und die würden dann im Prinzip, werden dann in unserer eigenen Datenbank mit den Daten ergänzt, die bei OpenStreetMap nicht liegen können. Vielleicht noch kurz so ein bisschen zu diesem transdisziplinären Überbau, den das Projekt hat. Wir arbeiten ja mit einmal Partnern aus Wissenschaft und Praxis sowieso generell an dem Projekt und gleichzeitig arbeiten wir aber auch in einem Co-Design-Prozess mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Wir haben in verschiedenen Workshops abgefragt, was sie sich vorstellen, wie sie sich dieses Portal vorstellen würden, wie sie es nutzen wollen würden. Deswegen steht auch überall vor diesen Blöcken das Wörtchen Co vor, weil wir versuchen, das eben auch im Bürgerforschungsgedanken zu entwickeln, das Portal. Und dann gibt es parallel zum Co-Design, wo wir das inhaltlich mit Bürgerinnen und Bürgern gestalten und der Co-Produktion, wo es entwickelt wird, wo man auch mitmachen kann, wenn man Lust hat. Wir haben jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende einen Hackathon, in dem an dem Portal rumgebastelt wird. Da gibt es noch die Co-Verstetigung, in der wir versuchen, parallel auch ein Geschäftsmodell dafür zu entwickeln. Und der Part Reflexion liegt beim Wuppertal-Institut und da wird quasi das Projekt nochmal begleitet und evaluiert, um die Ziele der Projektlaufzeit zu erreichen, also transdisziplinäre und bürgerwissenschaftliche Forschungsansätze weiterentwickeln zu können, ein Portal für Vernetzung und Bürgerforschung zu generieren, das als Datenquelle zu nutzen. Ich beeile mich ein bisschen, weil die Zeit ist knapp. Genau, Chancen, wir haben jetzt angefangen, in einem längerfristigen Zeitraum zu denken als zwei Jahre, sind perspektivisch natürlich offene, aktuelle Daten an einem zentralen Ort sammeln zu können und sie nicht überall suchen zu müssen, sie niedrigschwellig zugänglich zu machen, für den Nutzen von Open Data zu sensibilisieren, natürlich auch eine sozial-ökologische Transformation zu fördern und perspektivisch vielleicht, den Punkt würde ich, glaube ich, gerne hervorheben, den Rest könnt ihr vielleicht auch lesen, vergleichen zu können auch und Best-Practice-Beispiele auszutauschen, vielleicht zwischen Kommunen. Ja, damit übergebe ich an Miriam. Jetzt ging es schneller als gedacht. Das Portal ist ja noch nicht vollständig programmiert, wir sind jetzt in der ersten Programmierphase, das sind Ideen, wie es vielleicht aussehen könnte, das heißt, im Moment könnt ihr es noch nicht sehen, aber wenn ihr zum Hackathon kommt, nächstes Wochenende, 24., 25. in Wuppertal, dann könnt ihr auf jeden Fall dazu beitragen, dass es hoffentlich bald so aussieht. Was ihr hier seht auf dieser Folie, ist die Idee des Better Life Index Urban, unten in den Kategorien. Die Idee wird so sein, dass man entweder kategorienbezogen, thematisch bezogen suchen kann oder eben auch ganz frei. Was kann das Ding hinterher leisten? Das soll so eine Idee sein, wie können zum Beispiel Netzwerkpartnerschaften angezeigt werden. Hier wäre eine Initiative, die Initiative Unterbarmen e.V. zum Beispiel, das ist eine Initiative im Wuppertaler Stadtteil. Und man könnte hier sehen, okay, wie ist sie eigentlich innerhalb von Wuppertal eben auch visuell greifbar vernetzt und mit wem? Gleichzeitig so eine andere Idee, regionale Zuschnitte zu machen, hier zum Beispiel stadtteilbezogen. Was ihr hier seht, ist ein Stadtteil von Wuppertal, Elberfeld West, City, Innenstadt. Dazu gibt es natürlich von dem Bereich offene Daten der Kommune jede Menge statistische Daten, die vorhanden sind. Diese sollen über das Portal verfügbar gemacht werden, indem dort die Schnittstellen aufgegriffen werden. Und wie kann man sowas sinnvoll zum Beispiel für wissenschaftliche Fragestellungen verwenden, aber auch Fragestellungen, die vielleicht Bürgerinnen und Bürger insbesondere interessieren? Dazu ein Beispiel. Hier ist wieder Elberfeld in der Mitte. Und wir haben hier, was ein bisschen leider zu klein ist, ihr nicht sehen könnt, aber vielleicht, wenn ihr die Präsentation euch runterladet später, eine Verknüpfung mit der sogenannten Glücks-App. In Wuppertaler Wuppertal-Institut gibt es einen Forscher, der hat eine Glücks-App programmiert für Wuppertal, um zu erheben, wie glücklich sind eigentlich Wuppertalerinnen und Wuppertaler. Und das ist natürlich mal ganz interessant zu sehen, auch im Vergleich in meinem Umkreis, wie glücklich sind eigentlich so die Leute und woran könnte das vielleicht liegen? Und diese Frage, woran könnte das vielleicht auch liegen, bringt uns natürlich auch zu der Frage, wie geht es im Hinblick auf Stadtentwicklung und städtischen Wandel? Es soll die Möglichkeit geben, eben für Bürgerinnen und Bürger, für jede Person von uns dort Daten einzutragen. Und das Problem der Daten führt uns dann auch eben zu den Herausforderungen, die ich euch als letztes, und damit bleiben wir in der Zeit, vorstellen werde. Bei den Herausforderungen ist es so, grundsätzlich erstmal projektintern, wir sind ein transdisziplinäres Projekt. Für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, wir kennen disziplinäre Projekte, interdisziplinäre Projekte, also zwischen verschiedenen Disziplinen in der Wissenschaft. Und jetzt sind wir ein transdisziplinäres Projekt, das heißt nicht nur interdisziplinär in der Wissenschaft, sondern auch noch mit Praxispartnerinnen und Partnern zusammen. Und da könnt ihr euch vorstellen, allein schon, wenn man interdisziplinär arbeitet, aber insbesondere, wenn man transdisziplinär arbeitet, sind da sehr unterschiedliche Vorstellungen, Zielerwartungen, Motivation, aber auch ganz andere Sprachen am Werk. Und da Brücken zu bauen, das ist sehr zeitintensiv und erfordert viele Absprachen, die eben auch immer zu diesem Problem Ressourcenmangel führen. Ressourcenmangel an Personen, an Zeit, an Terminkoordination und vor allem aber auch Ressourcen im Hinblick auf die Visionen, die entstehen, die man natürlich gern auch bearbeiten möchte. Und deswegen auch die Idee eben, dass das ein Community getragenes Projekt werden soll, denn nicht alles das, was wir in den Workshops gehört haben, was tolle Features werden, werden wir im Projektzeitrahmen umsetzen können. Das ist schon mal klar. Wir sind natürlich abhängig vom technischen Know-how der Leute. Das Portal ist so gut, wie das, wie es gebaut wird. Und nicht alles können wir alleine schaffen. Deswegen ist es ein Ziel von uns natürlich, eine möglichst breite Beteiligung zu erreichen und eben auch eine Idee dafür zu bekommen, wie das Projekt verstetigt werden soll. Das ist ein genuiner Bestandteil jetzt schon im Projektrahmen. Ja, und um sowas auch natürlich aufsetzen zu können, braucht es vernünftige Marketingkonzepte, auch um eine langfristige Version nach vorne zu bringen, die über das hinausgeht, was wir bis August 2019 schaffen werden. Offene Fragen stellen sich damit jede Menge noch, und zwar vor allem im Hinblick auf die Qualität der Daten. Das ist ja ein Projekt, das einem Anspruch entsprechen soll, dass hier Daten zur Verfügung gestellt werden, die aktuell sind, die valide sind, mit denen man weiter Forschung betreiben kann, auf einem ganz basalen Niveau auch. Und da ist immer die Frage, wie sichern wir da auch die wissenschaftlichen Qualitätsstandards an die Daten, die eingetragen werden, und wie verhält sich das zum Beispiel auch, wenn dort wissenschaftliche Daten aus dem Bereich Open Science veröffentlicht werden, im Hinblick auf die Datenverfügbarkeit, also offene Daten komplett. Was ist, wenn jemand diesen Datensatz bearbeitet in einer Form, die aber nicht mehr dem Methodischen entspricht? Die Daten werden verfälscht, es werden irgendwie vielleicht auch Daten missbraucht, extra Fake News werden eingestellt, Datensätze, die nicht mehr dazu kommen, ich versuche das zu ignorieren, die da nicht mehr rein sollen, oder die mit einem Impetus reingestellt werden sollen, der eben nicht einer sozial-ökologischen Transformation dienlich sein soll. Was ist mit Überflutung, einem Portal, das so viele Daten hat, wie lässt sich das sinnvoll filtern, wie können wir verhindern, dass Leute da reingucken und denken, ach du Scheiße, schnell wieder raus, da finde ich mich nicht drin zurecht, und wie sieht es aus mit Wettbewerb mit kommerziellen Anbieterinnen und Anbietern? Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick.